Also am 7. Dezember, alternativer Weihnachtsmarkt von 14 bis 18 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Zuschka. Es ist kostenfrei. Tatsächlich sind so einige Angebote, wo man so Spenden einnimmt, aber die Spenden kommen den Lastenrädern zugute, die man sich kostenlos ausleihen kann in Neuschmelwitz, um die dann zu reparieren oder dann die entsprechende Versicherung zu zahlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017